Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, diesjens für Serien-Spezial. Filmo ist gerade erwacht und muss pinkeln und das macht er jetzt auch, dann geht der direkt duschen, weil die müssen heute alle wieder zur Arbeit und die lieben die ja alle so sehr. So, er ist fertig. Und dann kann er sich irgendwas snacken. Oder generell mal was kochen, Frühstück servieren, er mag kochen doch so gerne. Was war das? Dann ist er jetzt mal schön, dann muss er gleich wieder pinkeln und dann ist Horatio aufgewacht und geht erstmal was essen. Seine Lieblingsbeschäftigung. Genau, perfekt, dann geht's ihm hervorragend und er geht jetzt erstmal duschen. Genau, Cornelius hat Geburtstag, aber das können wir erst nach der Arbeit machen. muss ich auch noch duschen? Nein. Voll konzentriert, okay. Oh, ich wusste nicht, dass der auf Klo ist. Ups. Warum gehen die immer vor die Haustüre, sind die dumm? So, eine Stunde müssen die alle zur Arbeit und dann haben wir alles erledigt. Bis zum nächsten Mal. wum wum und alle sind zur Arbeit Und da sind die Schulden reingegraselt. Seltsames Verhalten. Mit ihm reden, das hatten wir alle schon. Ja, halt dein Maul. Was haben die immer mit unserem Briefkasten? Kümmern wir uns später drum. Und da sind sie wieder. Lass mal die Rechnung bezahlen. Geteiltes Leid. Fangen wir erstmal damit an. Du musst Chili Mini machen. Das ist wieder vergammelt. Okay, ihr wollt erstmal Chili Mini machen. Dann kannst du erstmal was kochen. Abendessen. Oh, Knoblauchnugeln. Dann kannst du jetzt mal aufs Klo. Halt's Maul. Dann musst du Videospiele spielen. Konele ist einfach eingepennt. Wie Müll. Achso, das Waschbecken ist dreckig. Halt's Maul. Nein, stopp. Jetzt entscheide ich. So. Und dann musst du hier erstmal sauber Oberflächen reinnehmen. Ja. 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 Okay, du gehst erstmal essen. Ich hab mal vor allem keinen Bock. Typischer Montag. Und ja. Dann war's das wieder. So, Ratio ist erwacht. Und die beiden haben heute Geburtstag. Er kann sich erstmal einen Kuchen machen. Ich dachte, dass wir den vom Film noch vergessen hätten, aber das war nicht richtig. Gott. So, herrlich. Gut. Gott. Gut. 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 Oh. Uminu atuaya Ich habe immer Angst, dass sie das Streck ein Stück nehmen, weil sie sind alle so geig...geierarbeitlich ist hier. Was ist denn jetzt? Ja Horatio, du auch! Und auspusten! Und jetzt Kuchen zum Frühstück! Sind alle ganz schön fett geworden. Ich fütte euch zu gut. Seid wie so kleine Tamagotchis. Nur, dass ihr zu viel Essen kriegt und nicht rumschreit. Kuchen zum Frühstück um 6 Uhr. 7 Uhr. Wird alle viel zu fett. Mh, die Schokotorte zum Frühstück. Mh, geil. Gut, haben an jeden Geburtstag gedacht. Und nicht wie in der letzten Staffel, dass wir die vergessen haben. Was? Was ist denn für den Film, oder Penna? Was ist für den Film und Ruhe? Was ist für den Film? Oh, die ärgern sie mich! Mich ärgern euch beiden. Gratulieren kann man denen nicht, ne? Nö. Von Toroteschwärmen. Ja geil, legt den Müll einfach auf dem Boden. Du bist soo. Du bist soo. Du bist soo. Oh. Oh. Er muss schwer körperliche Hausarbeit machen. Er sollte bald unglücklich mit seinem Leben sein. Die sind ganz schön fett geworden. So, in einer Stunde müssen die alle zur Arbeit. Und tschüss, weil wir versuchen uns mal eben... Gucken mal, ob wir das Wohnzimmer irgendwie gebaut kriegen. Zumindest mit dem bisschen Geld, was wir haben. Ähm... Wir haben kein großes Wohnzimmer. Es ist sehr klein. Ich würde gerne alles mal kurz... So, da reinpacken. Und dann... Ach nee, ich will keine Räume. Ich möchte gerne... Hier Möbel. In großen Dreisitze auf jeden Fall. Oder zwei kleinere Kautsche. Hier. 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 Es gibt doch auch spezielle Fernsehschränke. 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 Wir brauchen auf jeden Fall etwas Kleineres. Das steht auf jeden Fall fest, weil das ist sonst groß. Ich bin mir da nicht sicher. Es ist hier halt sehr dunkel in der Ecke. Es muss wirklich eine Lampe dahin. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Ich tendiere schon zu denen. Aber welche Farbe? Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann mich bei den Lampen nicht entscheiden. Ich würde gerne einfach nur so eine scheiß Stehlampe. Aber die passen hier alle nicht in die Ecke rein. Ich will auch das Doofa nicht verschieben. Okay. 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 Wir lassen das einfach so dunkel. Ne, egal. Ne, egal. Ich sehe hier einen größeren Eingang und zwar hier sowas. Ein bisschen größer. Dann würde ich gerne die Küche erweitern um eine Theke. Welche haben wir denn die Abiliten, ne? Ja. Ist schon hässlich, ne? Sieht nicht so schön aus, wie ich dachte. Nee, gefällt mir nicht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, wir machen den Hinterausgang komplett weg und knallen die Tonne einfach nach vorne. Wir machen jetzt hier eine kleine Essecke hin. 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 Ach, weil wir den haben. Dann müssen wir noch ein bisschen Tischdeko haben. Was nehmen wir denn da? Einfach so eine Klischee-Obschale, die aus Fake-Obs besteht. Bin ich die andere schon schöner? Bin ich die schon schöner? Bin ich die andere? Bin ich die andere? Bin ich die andere? Oh, hm. Wir brauchen mehr Licht hier drin. Oh, hm. Oh, hm. Das ist schon kacke, so viele Fenster. Oh, hm. 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 Oh, hm.